ER-Diagramm übersetzen mit SQL Teil 1. Heute sehen wir uns die grundlegenden Befehle für SQL an, damit wir unsere ER-Diagramme in SQL übersetzen können. Das heißt, bei der Übersetzung, ein Entitätstyp wird zu einer Tabelle, Attribute werden zu Spalten der Tabelle. Für eine n-zu-m-Beziehung erstellen wir eine assoziative Tabelle. Dies machen wir in einem späteren Video. Für eine 1-zu-1 oder eine 1-zu-n-Beziehung legen wir einen Fremdschlüssel an. Und der Primärschlüssel wird als dieser gesetzt. Nun sehen wir uns die SQL-Befehle an. Bevor wir eine Tabelle erstellen können, müssen wir eine Datenbank erstellen. Dazu benutzen wir den Befehl createDatabase, womit wir eine neue Datenbank anlegen. Die Syntax dazu lautet createDatabase if not exist, Name der Datenbank. Und danach ein Semikolon. Der Teil if not exist ist optional. Jedoch sinnvoll, da es vor dem Erstellen prüft, ob bereits eine Datenbank mit dem gleichen Namen existiert und so verhindert, dass das Ausführen des SQL-Skripts abgebrochen wird. Nach dem Namen der Datenbank könnte man noch weiteres definieren, zum Beispiel den Zeichensatz. Dies ist für unsere Übung jedoch jetzt gerade nicht relevant. Nachdem wir eine Datenbank erstellt haben, können wir nun auch eine Tabelle erstellen. Dazu benutzen wir den Befehl createTableIfNotExistTableName bzw. Tabellenamen. Der Teil if not exist dient wieder dazu, einen Abbruch des Scripts gegebenenfalls zu verhindern. Nun können wir in der Tabelle direkt die Attribute anlegen. Wie diese angelegt werden, sehen wir uns in dem nächsten Video anhand eines Beispiels an. Mit welchen Constraints würdest du das Attribut Matrikenummer definieren, wenn du das Wissen aus dem letzten Video Grundwissen für MySQL wieder aufrufst? Schreib die Lösung unten in die Kommentare. Schreib die Lösung auf die Kamera.